Hi, heute habe ich etwas ganz Spezielles auf meinem Channel Soul Defense für euch vorbereitet. Eine Schlagkombination mit der ihr so gut wie jeden Kampfsportler oder Straßenfaktor zerlegen könnt. Mehr davon gibt es nach meinem Intro. Die Schlagkombination, die ich euch heute vorführe, besteht aus vier exklusiven Schlägen. Diese Schläge und Kombination habe ich aus einer Reihe von Videomaterialien daraus gesucht, die effektivsten und daraus eine Kombination aufgebaut. Ich bin mir sicher, ihr habt diese Schlagkombinationen schon mal gesehen. Aber es geht hier nicht um die Kombinationen, es geht darum, wie du sie ausführst und wie du sie effektiv einsetzt. Achte speziell auf dieses Video, auf meine Bewegungsreinfolge. Die ganzen Details werde ich euch erklären. Die Schläge, die ich euch zeigen will, funktionieren nämlich so. Wir fangen mit einer Geraden an, einen Aufwärtshalten, einen Schwingen nach unten, einen Schwingen nach oben. Was passiert bei den Gegnern? Ihr fängt mit einer Geraden an, der Gegner blockiert nach oben. Während der oben blockiert hat, ist schon die untere unterwegs. Sieht das euer Gegner, kommen die Hände nach unten. Hat er auf diesen Schlag geblockt, kommt der Seitenschwingen. Sollte das der Gegner bemerken, wird er noch weiter die Hände nach unten führen. Hat er die Hände ganz unten, kommt der Powerschlag oben im Kopf. Und das war's. Wir wiederholen das. Eine Geraden, einen Aufwärtshalten, einen Schwingen nach unten, einen Schwingen nach oben. Nun, wie führen wir die Geraden aus? Wir führen die Geraden aus, indem wir den rechten Bein zuerst nach vorne bringen. Somit könnt ihr aus kürzester Distanz die volle Power bringen. Der zweite Schlag ist der Aufwärtshalten. Sobald die rechte Hand den Gegenstand berührt hat, erfolgt der Aufwärtshalten. Den Aufwärtshalten holen wir mit der Hüfte hinauf. Haben wir die Hüfte hinauf geholt, ist automatisch unsere Schulter schon vorbereitet. Der Schwinger kommt mit dem gesamten Oberkörper in die Rippen. Sobald der Auftrag stattgefunden hat, schwingt die Hand automatisch nach hinten. Dank dieser Rückschwingung haben wir viel mehr Power, den oberen Schlag so zu erzielen, dass er zu 99% K.O. geht. Wie das mit Power aussieht, zeige ich euch. Nun habt ihr gesehen, welche Kombination sehr effektiv ist. Ich hoffe ihr könnt jetzt mit dem Video was lernen. Hat es euch gefallen, gebt mir ein Like. Und wenn ihr weiter solche Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, euer Robert.